Hi, ich sitze hier mal wieder im Kindergarten und vor mir sitzt eine ganz tolle Gruppe von Kindern. Könnt ihr mal Hallo sagen? Hallo! Super, das können die immer ganz große Klasse. Und das Lied, was wir heute zusammen singen werden, ist das Popellied von Gerhard Schöne. Okay, und wir fangen auch schon an. Seid ihr soweit? Ja! Okay. Das Lied ist ausgeknobelt für jeden, der popelt. Jetzt ihr, das Lied ist ausgeknobelt für jeden, der popelt. Und? Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Jetzt ihr, ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Sehr schön, macht ihr das. Spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Jetzt ihr, spazierst du auf der Straße, steck den Finger in die Nase. Irgendwo dahinten wirst du sicher etwas finden. Und ihr... Irgendwo dahinten wirst du sicher etwas finden. Und was findet man da? Ein Popel. Ein Popel. Ein Popel. Und nochmal, ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Die langen Eleganten, die gibt's beim Elefanten. Jetzt ihr, die langen Eleganten, die gibt's beim Elefanten. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Was kann man von der Mama übers Popel noch erfahren? Was kann man von der Mama übers Popel noch erfahren? Sie wird erzählen, dass die Popel früher besser waren. Sie wird erzählen, dass die Popel früher besser waren. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, ein Popel, ein Popel, ein Popel. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Und wenn sie dir ein Küsschen gibt, schenkst du ihr eine Popel. Und wenn sie dir ein Küsschen gibt, schenkst du ihr einen Popel. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Und jetzt hier ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la la. Wow, war das zum Schluss cool. Ja, also vielen Dank an die Kinder. Sag nochmal einmal Tschüss. Tschüss. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.